Guten Tag Freunde, ich grüße euch. Heute habe ich für euch eine neue Soundbar. Das ist die Ultimea Nova S70. Kann man direkt bei Ultimea bestellen und das führt uns direkt zur Bepreisung. 195 Euro, da ist dann aber ein Gutscheincode schon auf der Angebotsseite geschrieben. 30 Dollar Rabatt. Da kommen wir ungefähr bei 169 Euro raus. Und bei Otto kostet das gute Stück 189,99 Euro. Für eine Soundbar mit Subwoofer, wie ihr sehen könnt, ist das immer noch recht günstig. Ich habe das hier mal auch schon aufgebaut. Ich habe die Soundbar natürlich schon in verschiedenen Szenarien getestet. Diese Soundbar ist von der Funktionsweise her, von dem Funktionsumfang für das Heimkino gedacht, also für den heimischen Fernseher. Natürlich kann man damit zum Beispiel auch zocken, zumal die einen oder anderen das auch gerne kombinieren. Man kann heute ja problemlos über ein Smart-TV zocken, wenn er halt dafür auch gedacht ist. Aber wir sehen von der Bauform her, die Soundbar ist unglaublich flach, dass die dann halt auch unter den Fernseher passt. Für Bass brauchen wir natürlich trotzdem ordentlich Volumen und daher macht es natürlich absolut Sinn, dass hier unsere Bassbox extra ist. Die können wir uns dann zum Beispiel auf den Boden oder daneben stellen. Das ist eine sogenannte 3.1.2 Soundbar. Wir haben Dolby Atmos Unterstützung und Dolby Atmos sorgt ja für eine gewisse Räumlichkeit. Das heißt, wir werden uns einen Film anschauen, dass wir lokalisieren können, wo jetzt die Sounds herkommen. Das ist natürlich nice, wenn man da wesentlich tiefer in den Film eintauchen kann. Ich hatte ja zuletzt eine andere Soundbar für Ultimea vorgestellt. Ich glaube, die waren ein bisschen teurer. Da waren dann Satelliten dabei, die man sich dann halt im Raum positioniert und hat man dadurch eben die Räumlichkeit. Hier hat man sich allerdings was anderes überlegt und das ist eigentlich recht spannend. Wir haben ja im Prinzip eine zentrale Soundbar, wobei das nicht so ganz stimmt. Die besteht aus zwei Teilen. Verbindet man dann auch mit einem Verbindungskabel. Das ist dann im Lieferumfang enthalten und die Soundbar kann man dann auch ineinander stecken oder die beiden Teile nebeneinander stellen. Es sind so gesehen zwei Soundbars, dann wiederum natürlich connected mit dem Subwoofer. Ist ja klar. Jetzt aber die Frage, wo kommt denn jetzt eigentlich dann die Räumlichkeit her? Wir haben einmal drei nach vorn gerichtete Lautsprecher in der Soundbar. Der ein zwei, den anderen ein. Okay. Nun hat die Soundbar aber jeweils einen nach oben gerichteten Lautsprecher. Das ist eigentlich ganz interessant. Und diese beiden Lautsprecher, die sorgen dann für die Räumlichkeit. Einmal bewertet ihr von vorne Bescheid, womit man an sich erstmal keine Räumlichkeit schaffen kann. Die entsteht dann dadurch, dass der Schall über die Decke zu euch zurück reflektiert wird. Und deshalb sind die beiden Lautsprecher eben auch nach oben ausgerichtet. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Ich habe ja nun nicht unendlich viele Räumlichkeiten, um das zu testen. Aber ich würde mal davon ausgehen, rein von der Funktionsweise her, dass dann auch der Klang mit dadurch bestimmt wird, wie hoch die Decken sind. Weil höhere Decken natürlich dann den Schall eher zu streuen. Nur damit das Ganze funktioniert, brauchen wir natürlich auch entsprechende Anschlüsse. Wir haben einen optischen Anschluss, was ein sehr guter Standard ist. Wir haben einen USB-A-Anschluss. Das heißt, ihr könnt auch einfach einen Datenträger anschließen. Und dann wird automatisch nach der vorgegebenen Reihenfolge auf den Datenträger dann die Musik zum Beispiel abgespielt. Wichtig natürlich für aktuelle Smart-TVs, so aktuell müssen die eigentlich gar nicht sein, ist allerdings E-Arc. Man sieht aus wie ein HDMI-Anschluss und den E-Arc-Anschluss, den würde ich auch empfehlen. Da habt ihr keine Probleme mit der Latenz. Da wird die Soundbar auch mitgestartet, wenn ihr den Fernseher startet. Und da habt ihr auch dann den Dolby Atmos Support und natürlich eine astreine Klangqualität. Nice hier, das war auch bei der Apollo gar nicht gewesen. Wir haben hier einen HDMI-In-Eingang. Der schleift das Signal durch. Da haben wir auch 4K-Unterstützung, wir haben Dolby Vision Unterstützung, wir haben HDR-Unterstützung. Und da könnt ihr ein anderes Gerät halt anschließen an die Soundbar und könnt euch dadurch sozusagen auch ein bisschen Kabel sparen. Ganz praktisch ist dann auch hier der HDMI-Adapter, den es noch im Lieferumfang gibt. Damit könnt ihr den HDMI-Ausgang um 90 Grad abwinkeln. Außerdem hat die Soundbar eine Wandhalterung. Ihr könnt ihr also auch an die Wand hängen, was auch ziemlich nice ist. Installationsmaterial ist dabei. Fast hätte ich es vergessen, weil ich es hier gerade gar nicht gesehen habe. Einen Klinkenanschluss haben wir selbstverständlich auch. Wodurch dann wirklich die Kompatibilitätsliste kompletiert wird. Zumal wir natürlich auch kabellos Geräte verbinden können. Zum Beispiel euer Samsung, welches auch immer. Oder ein iPhone, da habe ich gerade nicht auf dem Tisch liegen. Bluetooth 5.3, schön aktueller Standard. Smart iPhones, iPads, Laptops, natürlich Smart-TVs ist ja klar. Projektoren, Konsolen dürfen natürlich in der Auflistung auch nicht fehlen. Zumal nämlich dann auch im Lieferumfang alles dabei ist, dass ihr losstarten könnt. Das heißt, HDMI-Kabel, den gezeigten HDMI-Adapter, ein optisches Kabel, 3,5 mm Klinkenkabel, das Wandmontageset und eine Fernbedienung. Da habt ihr alles Wichtige, was ihr benötigt. Das heißt, ihr könnt die Eingänge umschalten, ihr könnt die Soundbar abschalten, das geht natürlich auch. Ihr könnt Lautstärke steuern, ist klar, Pause, Start. Ihr könnt Dolby Atmos zuschalten, abschalten, aber auch in der Intensität ein bisschen regulieren. Und es gibt noch, klar, Bass MX. Das heißt, ihr könnt den Bass hier auch steuern und bei Bedarf hier zum Beispiel auch ein bisschen zurücknehmen. Was sie am wenigsten wahrscheinlich machen, die meisten werden sich hier wahrscheinlich auf Maximum einstellen. Stummschalten geht selbstverständlich auch. Dabei sieht man das dann alles an den kleinen Display, welches integriert ist. Richtig geil ist, dass es für das Display einen Timeout gibt. Das heißt, schaltet sich automatisch ab und schaltet sich dann an, wenn man etwas halt einstellt an der Soundbar. Da hat man mich dann eine Quelle weniger, die einen ablenken kann, wenn man einen Film schaut, gerade nachts. Deshalb wird das Display automatisch aktiviert. Haben sie mitgedacht. Wie gesagt, die Soundbar ist halt optimiert für einen Fernseher, für Netflix, für Amazon Prime, Disney Plus und die ganzen Streaming-Anbieter, halt Serien, Filme, was es da so gibt. Und das macht auch Sinn, weil die internen Lautsprecher und selbst wenn die noch so gut abschneiden in den Tests von den Smart-TVs meistens echt schlecht sind. Also ihr wisst, ich stehe ja zum Beispiel auf die Xiaomi-Fernseher in dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, aber hin wie her, das Bild ja, aber die Lautsprecher würde ich mir nie freiwillig geben. Das sind nur Gehhilfen, die ich halt echt nur zur Not verwende, ansonsten Minimum irgendwelche alten Regallautsprecher über Klinke dran geklöppelt. Was natürlich dann besser ist, eine richtig gute Soundbar. Im Gegensatz dazu kommen eben solche Soundbars mit, ja, Dolby Atmos zum Beispiel klar und können dann auch eine gewisse Räumlichkeit wiedergeben, je nachdem, was man halt auszugeben bereit ist. Ich bin connected und schon geht's los, Freunde. Das Ding ist die ganze Zeit an, auch wenn man es nicht gesehen hat. Hallo, immer noch einen schönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Ich habe heute für euch einen weiteren Mini-PC von Ace Magic, der AD0R. Echt erfrischend. Und natürlich, es ist kein normales Smartphone-Freunde. Neben der Tatsache, dass es zu klein ist, haben wir auf der Rückseite nämlich noch ein zweites Display, welches uns einige Informationen anzeigen. Also die EQs sollte man auf jeden Fall benutzen. Es gibt ja auch Voreinstellungen, die man über die Fernbedienung hier auch auswählen kann. Gibt es hier eine EQ-Taste. Es sind nur drei EQs. Wir haben Musik, Game und Dialog. Das heißt, schaue ich mir jetzt zum Beispiel ein Review an hier über YouTube. Dialog ist klar. Movie nehme ich natürlich dann, wenn ich meine Filme und Serie anschaue und Musik, wenn ich Musik hören möchte. Und dann habe ich wirklich eine ganz andere Abstimmung und auch ein ganz anderes Ergebnis. Das sollte man sich auswählen. Geil bei der Soundbar ist, dass jetzt nicht 1, 2, 3 steht, wie es bei der Apollo noch der Fall war, sondern es wird im Display direkt angezeigt, welche Voreinstellungen, also welche EQ-Presettings ich jetzt ausgewählt habe. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen Vorteil. Ich musste früher immer eine Gebrauchsanweisung blättern. Bei der Poseidon, welchen EQ habe ich jetzt eigentlich? Neben der Fernbedienung können wir die Soundbar auch direkt an der Seite über die Tasten steuern. Darauf müsste ich nur dann zurückgreifen, wenn ich die Fernbedienung verlegt habe. Ansonsten, ja, es geht halt praktisch eben, falls man sie verlegt hat oder falls die Batterien leer sind. Man hat keine Neuen, muss sie erst kaufen, aber wir die Soundbar weiterhin steuern. Soundwiedergabe, Lautstärke. Ultimea gibt an, dass ich 40 Quadratmeter damit bescheiden kann. Ist schon ordentlich. Also wer ein 40 Quadratmeter Wohnzimmer hat, der hat ein großes Wohnzimmer. Das kommt auch hin. Also die wird wirklich sehr, sehr laut. Von der Seite hier seid ihr da echt safe. Wird also auf jeden Fall lauter als normaler Fernseher. Man muss aber auch dazu sagen, ein bisschen Kritik, dass bei voller Lautstärke dann die Soundbar anfängt zu verzerren. Gerade so im Höhenbereich, ob ihr einen vernünftigen Ton habt, das ist, wie gesagt, dann hier auch extrem von den Equalizer Einstellungen abhängig. Ich habe jetzt versucht, euch irgendwie einen Eindruck zu vermitteln. Ihr hört jetzt den Soundtest eh an euren Smartphone, denn seid ihr auf die Beschränkung der Smartphone-Lautsprecher angewiesen. Also meine Einschätzung ist jetzt natürlich eher subjektiv, wie gesagt, Lautstärke absolut in Ordnung. Bei hoher Lautstärke fängt die Soundbar an zu verzerren. Die Mitten kommt ein bisschen zu kurz. Der Bass ist absolut vernünftig und reicht aus, gerade wenn man sich den auf den Boden stellt, dass dann beim Nachbar der Kronleuchter von der Decke fällt. Also mangelt es hier eigentlich nicht richtig gut, finde ich. Das ist auch jetzt im Vergleich zur S50, also der Ultimea S50, kann ich hier den Bass besser steuern. Das heißt, ich kann ihn auch stärker rausnehmen, weil wir sind uns alle darüber einig. In den Filmen heutzutage, wir haben manchmal extreme laut-leise Unterschiede, was mich nervt. Es gibt manchmal aber auch ganz schön starke Bassunterschiede und je nach Film muss ich den Bass dann auch schon mal stärker rausnehmen. Bei der S50 waren da die Möglichkeiten eher begrenzt. Das heißt, selbst wenn ich den Bass auf Minus 1 gestellt hatte, war er mir manchmal noch zu stark gewesen. Lässt sich hier aber besser steuern. Wenn ich aber darauf stehe und ich will volles Brett Bass haben, liefert die Bassbox hier auch echt vernünftig ab. Und für Filme reicht das aus, dass es dann ordentlich knallt. In dem Preisbereich bin ich auch mit der Soundqualität absolut zufrieden, mit der maximalen Lautstärke ebenfalls. Geil ist natürlich, dass man sich ja noch so an die Wand bohren und da sieht das natürlich auch richtig edel aus. Sinn recht zurückhaltend, so vom Design, simples Schwarz, gibt es auch nur in der einen Farbe. Die Verarbeitung macht soweit einen ganz guten Eindruck. Verschmutzen jetzt auch nicht so schnell, was jetzt so Fingerabdrücke angeht. In dem Preisbereich ist auf jeden Fall eine richtig vernünftige Soundbar. Geil ist natürlich das flache Profil, weil wir da nochmal flexibler beim Aufstellen sind. Man kommt hier halt ohne Satelliten aus und hat trotzdem eine gewisse Räumlichkeit, was in der Praxis dann auch zumindest besser funktioniert, als wenn man halt ein klassisches 2.1-System hat. Wie eben zum Beispiel die S50, die, muss man auch fairerweise sagen, weniger kostet. Wenn man sich entscheidet zwischen S50 und S70, würde die S70 trotzdem empfehlen. Das wäre der Aufpass auf jeden Fall wert. Ihr habt das bessere Klangbild, ihr habt eine gewisse Räumlichkeit und die lässt sich halt auch fein abstimmen. Und wir haben aktuelle Anschlüsse, Bluetooth 5.3 Standard mit einer echt guten Latency. Wobei, wenn ihr zocken wollt, geht immer über E-Arc. Da habt ihr dann einfach wirklich das beste Ergebnis. So Freunde, ich hoffe, ihr wisst nun alles, was ihr wissen wolltet über die Ultimere S70. Verlinke ich euch. Gibt es, wie gesagt, bei Ultimere direkt ziemlich günstig. Später, denke ich mal, wird es die dann auch bei Amazon geben. Wir sehen uns auf dich zum nächsten Video, wenn euch das gefallen hat. Ein Daumen nach oben wäre natürlich ein nice, ein Kommentar für den Algorithmus. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.